Passt meine Frisur? Jawohl, Sir. Ihre Frisur ist in Ordnung, Sir. Okay, fangen wir an. Ich habe eine Marktlücke entdeckt, die noch keiner vor mir entdeckt hat. Ich werde sie erreicht dadurch. Und was mache ich eigentlich vom Beruf? Ja, wenn Sie friedlich zu Hause schlafen, komme ich zu Ihnen nach Hause und sorge dafür, dass der Wecker klingelt. Wie funktioniert denn dieses Teil? Wir sollen dann aufstehen. Es ist Zeit zum Aufstehen. Vielen Dank.